Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Kalinkas Küche. Trotz dieser ganzen schweren Zeiten um uns drum herum, die ganze viele Kriege um die Welt, die ganze Inflation, das Leben wird immer schwieriger, wollen wir vielleicht für ein paar Tage und ein paar Stunden das alles vergessen und einfach unsere Weihnachtstage mit unseren Liebsten, mit unseren Familien einfach genießen und erstmal alles vergessen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, bleiben Sie gesund, gönnt euch Zeit, ein bisschen runterzukommen, zu entspannen. Das brauchen wir. Das Leben ist so unberechenbar und weiß man nicht, was es morgen ist. Deswegen muss man wenigstens heute genießen. Und schaut ja, wirklich, ich bin richtig glücklich und sage, schaut mal, wir haben weiße Weihnachten. Wer hat das gedacht, die ganze Tage jetzt nur geregnet, es war so warm und windig und auf jeden Fall war kein schönes Wetter. Und heute früh stehe ich auf, gucke ich raus und es hat angefangen, so ein bisschen zu krümmeln. Und jetzt ist alles schön weiß. Oh, danke Gott, oder wer es da ist, dass sie uns auch dieses Schnee geschenkt haben. Und ich freue mich heute Abend mit meinen Kindern und Enkelkindern, ihre zwischendurch Stimme zu hören, besonders bei den Kleinen, weil dann bemühen sie sich, Gedichte erzählen oder was zu sinnen und dann spielen. Einfach alles vergessen und genießen. Ich wünsche euch, liebe Freunde, alles Liebe auf die Welt, Glück und schenkt eure Liebe den anderen und ihr bekommt ihr zurück. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.